so da bin ich wieder zum 18 teil jetzt ja es ist kalt und wir machen weiter was ist okay im bta da hinten sie okay weg hier naja im wald traut sich kein fahrzeug hier rein wo bin ich denn hier überhaupt okay okay sind es gleich in wald garant und ja ein paar russen ich gehe mal ganz unerfällig von vorbei pipeline okay wo geht es als nächstes hin ich hasse hunde also nicht nur so auch ich denn diese scheiße biester sind verdammt schnell man kann kaum reagieren aus knipsen wir haben die uns dann entdeckt dreck gegen hund kann man zum glück das hier benutzen ja es war dumm von mir ja es war dumm na schön noch mal selber so erwischt es war alle drei auf einmal meine fresse ist so einfach warum habe ich denn so lange für gebraucht aus fehlern lernt man man sieht es ja da ist niemand weiter aber da ist mehr und da sind viele ich habe schon wieder auf den hund lässt am leben wo ist denn die streife nach da vorne die lassen wir mal laufen ausnahmsweise doch nicht weil ich meine hinter uns habe ich auch was gehört so macht man es vielen dank okay das hätten wir und wie geht es jetzt weiter cool das machen wir auch gerne was zum wir brauchen noch ne aber ich habe doch gerade fukumutig das ding da erwischt ja p90 nehme ich doch immer ja ja das sind unsere verbündeten geist unter anderem ich habe echt mit der rakete noch schnell die flugabwehrkanon platt gemacht steht eigentlich mir schon eine pellete zur verfügung tatsächlich aber ich wurde gerade angegriffen deswegen gehe ich mal schnell in deckung so und jetzt setzen wir mal die drohne ein das ist ja sowas für viele gegner also mal ehrlich nee aber warum lag es jetzt wieder okay und auch ne errungenschaft errung schaffen sind wir cool gut und nein schießen er schwung und 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 dann schießen wir nochmal und 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 weggefetzt. Okay, ich gehe mal kurz mit der Entdeckung, damit ich hier schießen kann. Und schieße dann die beiden hier ab. Ratsch! Okay. So, weiter geht's. So, mal gucken, ob irgendwelche Ziele da sind. Oh ja. Ach, Helikopter ist schlimmer. Oh, ist doch nicht schlimm. Ein Torrentisch kann man hier in Deckung bleiben und warten, bis die Prelator nur wieder schießen kann. Das mache ich auch erstmal. Das wird nämlich immer schön gesagt. Jetzt zum Beispiel. Körferchen auspacken. Und wirklich jeden Gegner mit einem Schlag abknallen. So, wie viel habe ich erwischt? Ach, sind auch schon welche. Okay, ich habe keine Ahnung, wo Gegner sind, deswegen setze ich mal die Rakete ein. Lohnt sich schon. Los geht's. Was zum? Verstecken die sich hinter mir, die Drecksacke? Ernst mal. Nochmal, Dröhnchen. Brabe Drohne. Da sind viele. Cool, da sind sehr viele. Yeah, fast beim U-Boot. Normalerweise schaffe ich das nicht mehr in diesem Part. Okay. Okay. Ich schieße noch einmal eine Drohne ab und dann mache ich erstmal Schluss für heute. Na, wohin setzen wir die denn? Ach, die sieht doch nett aus. Ja, dann würde ich mal sagen, speichern und wir sehen uns morgen. Vielleicht.